Er hat immer wieder so hergeäult und hat mir so angestarrt von oben bis unten. Und dann meinte er so, ja Frau Hesch, jetzt haben Sie sich schon mal frei gemacht, dann können Sie sich auch schon mal auf die Liege legen. Und dann haben wir auf die Liege gelegt und dann hat er einfach nicht mehr wirklich mein Knie angeschaut, sondern meinte gleich so, ich möchte meinen Bauch legen. Und dann hat er einfach irgendwie nicht mehr Knie behandelt, sondern zu dem Oberschenkel da so hinten. Und ich habe mir nur so gedacht, das ist jetzt nicht mehr Knie und irgendwie geht es da ohne Hose. Und da schaut jetzt einfach nur mein Booty an. Und dann habe ich mir nur gedacht, bitte ist das einfach jetzt schnell vorbei. Die haben die komplett in der Art, wie er mit mir geredet hat, so extrem sexualisiert und angeflirtet gefühlt. Und einfach nur richtig ekelhaft. Und habe mir einfach nur mal gedacht, ich möchte nie wieder zu einer männlichen Arzt gehen, wo ich mir vor allem ausziehen muss. Nie wieder.